Musik Unsere EvoTuro Produkte bieten Lademöglichkeiten für jede Situation. Die Wallboxen gibt es als einphasige und dreiphasige Variante von 3,7 bis 22 kW in der Kabelvariante bzw. in der Steckervariante. Die mobilen Ladegeräte gibt es von 6 bis 16 Ampere, werden alle mit 220 Volt betrieben und haben den Typ 2 Stecker. Die Ladekabel bei EvoTuro gibt es als Typ 1 und Typ 2 Stecker in unterschiedlichen Längen und auch als Spiralkabel. Die Ladekabel bei EvoTuro